Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, IceCalvin. Heute mit dabei sind Sebastian. Moin Meister. Und wir spielen heute Minecraft durch. Kevin kann sich so lange nicht bewegen, bis ihr abonniert und geliftet habt. Und die Glocke natürlich. Ich kann mich nur umschauen, F5 töten und schlagen und platzieren. Wie in der Challenge von BastiG AG, Leute. Mehr kann ich nicht machen. Genau. Und wo hast du ganz Eisentafel? Von den anderen Abos, die schon abonniert habt. Nicht so wie ihr, Leute. Genau. Und da kommt er. Mit seinem Araber. Lügner. Lügner. Okay, Wasser einmal. Ach Gott. Wir haben es, ja. Hast du drei Eisentafel? Hier ist mehr vor uns. Ich hab den Lava einmal verloren. Und daraus kann man kein Wasser haben, wenn man mal... Und den Lava einmal, den habe ich verloren halt. Du brauchst nur das Eis. Ja gut. Ich schau mal, ob dein Pferd vielleicht drei Eisentafel ist. Ich hab hier Zeug, aber kein drei Eis... Ich schau, ob dein Pferd Eisentafel ist. Nein, es ist auch kein Eis. Lass mich, lass mich, lass mich. Gib mir all deine Endafel... Nein, ich will auch welche. Ich will auch welche. Wer hat die Blaschots besorgt? Eins will ich schmeißen. Das erste, okay? Und hereintun will ich sie auch, okay? Das erste. Ich hab schon eine. Danke, du bist der Beste. Oh, cool. Wir haben noch zwei Lohnstaub übrig. Und wir haben 14 Enderpeerlen. Ich sollte mich weiter aufs Meer begeben, dass man das besser sieht. Es geht in der Richtung... Cece, es ist irgendwo bei meiner Base. Wir müssen in Richtung meiner Base, Cece. Hast du's? Komm mit, Cece. Ich weiß, was zu meiner Base geht. Steig ein. Oh, Cece, Digga. Wir haben noch keine verloren. Ich weiß, was zu meiner Base geht. Wir müssen zu meiner Base, Cece. Komm mit. Digga, wenn das unter meiner Base ist, Leute. Ich fress den Besen. Ich stopfe ihn auch gern rein für euch. Ja, genau. Erstmal, ähm. Ich fuhr erst mal für mich. Da hab ich die zwei Kürze gefunden, Cece. Ich kann bogen. Bleib stehen! Ich hab boge, ich kann nicht wegklatschen, Cece. Diese Richtung ist gern gern, glaube ich. Ja. Wir fahren erst mal zu meiner Base, Cece. Mach mal die Markierung an. Nein, brauche ich nicht. In diese Richtung einfach immer schön weiter. Der ist so weit hinter mir. Cece, du musst doch einfach mal in diese Richtung fahren, wo ich hinfahre. Okay, Cece. Okay. Kannst du dir mal anschauen, was ich so gebaut habe, das hässlich. Oder wollen wir noch mal einschmeißen? Vielleicht ist es ja hier irgendwo auf dem Ozean. Das würde ich sehen. Wollen wir es testen? Kannst du ja machen. Das ist aber schon arg nah. Ne, ne. Kommt doch. Ne, ist man. Super. Wir haben noch keins verloren. Wir müssen weiter zu meiner Base. Ich glaube, es ist irgendwo auf dem Meer, Cece. Auf dem Meer hinter meiner Base, Cece. Da ist es safe. Ja, ich glaube schon. Das ist ein Zauberwald. Ja, da ist ein Zauberwald. In der Mitte von dem Zauberwald ist mein Biom, wo ich baue. Ah ja, wir sind gleich bei meiner Base, Cece. Kannst du dir das mal anschauen. Du kannst mir bleiben bestehen. Fahr einfach ans Land und hier müssen wir zu Fuß drehen und dann zeige ich dir, wo ich wohne, Cece. Oh, ich habe nur 18 Fleisch. Ich halte mir meine Base kurz an. Komm, Cece. Ja, hoch, immer weiter. Ich habe auch nicht recht viel mehr essen. Ah, gut, ja, gut. Ich habe dir Pfeil und du gibst mir Essen, Cece. Ich habe nicht recht viel mehr essen. Ja, du verhungerst und ich verpfeile dann halt. Ich habe die beste Idee, die Esseratsmücher. Ja, bei mir gibt es sehr viel Essen. Aber das machen wir nicht. Siehst du das Eisbio schon, Cece? Ach, die Pelze meinst du? Nein. Komm mit zum Eisbio. Du musst einmal auf die Mitte des Eisbio oben drauf, Cece. Okay. Das ist jetzt nicht was passiert, oder? Meine Pick-Eck, dein Ding kaputt gegangen. Wenn ich wüsste, dass ich über meine Base vorbeikomme, dann wäre ich stellen geblieben. Alles Mann. Ah, cool. Komm, Cece. Das ist mein bescheidenes Heim. Bin noch nicht da. Du kannst Food holen. Komm, Cece, das brauchen wir jetzt nicht. Du kannst nicht allzu lange ziehen. Da wird doch eh rausgeschnitten. Ne, wird es nicht. Jetzt kommen, Cece. Ich bin nicht komplett weg bis da hinten rein. Oh, natürlich. Jetzt kommen, Cece. Aber bei deinem Video wird vielleicht ein Prozent vom kompletten Video abguter getan. Kommst du? Keine Ahnung, wo dein Scheiß Bais ist. Siehst du mich? Da, da, da ist ein Eisteil da. Ja, und da musst du ganz hoch auf den Berg, Cece. Dann siehst du mal ein bescheidenes Heim. Sehr bescheiden ist das. Klein, aber fein. Das hier muss noch alles weg, Cece. Ist der Minium da? Der Minium ist da. Ciao, Cece. Das hier muss noch alles weg. Das ist in die dummen Ziegen. Und das ist meine Base. Und kannst du sie ziehen-trappen? Nein, kann ich nicht, weil die Typen. So, jetzt. Hier ist nichts drin. Schmeiß weiter. Ja, mach ich. Ähm, ich muss kurz das Foden. Und meinen Müll, den ich alles in den Kopf wegschmeißen. Es geht in eine andere Richtung. Es ist auf dem Ozean, so viel weiß ich. Ja, das Wasser ist eingefroren. Deswegen wächst hier nichts. Oh nein, oh nein. Was ist? Ich weiß, es ist alles voll damit. Ich bin auf dem Erd, ich bin. Baut dich einfach durch, Cece. Ich bin. Läuft einfach weiter, Cece. Einfach weiter runterlaufen. Das Schuhenbord haben wir schon gelootet, Leute, dass man auf der Karte sieht. Ich laufe einfach weiter, Leute. Das passen wirkt mich im Moment gar nichts. Ich glaube, ich krieg die Krise. Oh, die ja. Ich habe Schnee mitgenommen, Leute. Dann habe ich nur noch gefarmt. Kommst du, Cece? Keine Ahnung, wie du bist. Ich habe die kurzen Schild. Warte. Ähm. Das sind die ungefähren Koordinaten, Cece. Und dann darfst du... Lauf einfach immer weiter nach Südwesten, Cece. Immer nach Südwesten. Dann kommst du an, Cece. Ich hole mir noch Wolle für ein Bett für einen Respawn Point. Ein Wolle. Ich warte auf dich, Cece. Ich brauche eh noch Wolle. Fries. Fries gleich nicht scharf. Nein, ich habe drei Wolle für ein Bett für mich. Ich habe auch noch drei Wolle für ein Bett für dich, Cece. Kommst du? Was ist? Du kannst gerne die ein Wolle mitnehmen. Hast du ein Bett? Oder kommst du, Cece? Immer weiter nach Südwesten laufen. Lauf einfach... Immer nach Südwesten, Cece. Bist du an so einen... Ja, ich warte bei dem Fluss hier auf dich, Cece. Ja. Ich warte hier auf dich. Alles man, super. Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Sebastian da ist. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir wieder, Leute. Sebastian ist auch da. Ich würde mir jetzt direkt mal... Wir fahren jetzt aufs offene Meer, Leute. Wenn es hier eins gibt. Und dann werden wir noch ein Auge werfen, oder Cece? Was sagst du dazu? So gefährt da ohne mich weg, da. Dann steigt halt in mein Boot ein, Cece. Das ist da runterkornig da. Nein, bin ich nicht. Cece steigt halt in mein Boot ein. Oh, ne, die Jungs laden mich. Ha. Ha, ha, helfe. Digga, ich boll mich hier lebt hier gar nichts. Cece steigt halt bei mir mit ein, Cece, wenn du nicht so groß, wenn du mit willst, Cece. Steigt halt bei mir ein. Ja, ich würde mich schon mit da eingesteigen, weil es gleich funktioniert. Aber schmeiß mal in der Perle. Ja, stimmt. Hier schmeißen wir die. Ich sag, wir geht gleich wieder zurück. Leute, wir waren schon da. Komm, Cece, steig ein. Wir pauchen die aber wieder unbedingt. Oder pauchten wir nicht, aber es wäre schön. Ähm, wo ist die Cece? Du suchst Enderschmörl und ich grab mich hier irgendwo runter. Beziehungsweise, ich werfe hier gleich noch mein Auge. Vielleicht müssen wir aber schon wieder zurück. Ich sag, so weit müssen wir nicht zurück. Es ist auf dem Werk. Ja, ich, ich hab ungefähr, ich weiß, glaube ich, so ungefähr ist. Die NAPR wäre aber wieder wichtig, dass man die wieder Kriege, Cece, oder? Ich hab noch 13, 30, Cece, oh nein. Oh, ähm, eine Frage. Ähm, hättest du die NAPR ist Cece, weil ich finde sie gar nicht. Ich glaub, ich hab irgendwie die Vermutung, dass ich, dass es hier ist. Wir kommen uns einfach mal an zwei verschiedenen Stellen runter, oder? Nein, komm mit. Bei da, da ist es so schräg gegangen, guck, ja. Von dort, da ist es dort gegangen. Also dort, wo es sich zwei binden, ist das Stronghold. Und ich dann umgepasst sagen, dass es hier ist. Hier ist eine Cave, hier, geh mal einfach runter, seh sie in der Cave, komm. Doch, die geht jetzt zu dir. Die Cave geht übelst tief runter, seh sie, komm. Das Stronghold. Inner Man. Den verräuchten wir vielleicht. Okay, das ist doch nicht dort. Geh dich kaputt. Geh mal jetzt hier, geh mal in die Cave einfach runter, Cece, und komm uns dann da in eine Richtung. Oder? Scheiße. Ich bin so dumm. Ich hab statt Essen einfach nur fünf NAPR geschmissen. Wir haben noch acht, Cece. Wenn wir Glück haben, sind wir keine kaputt. Ja, es sind keine kaputt, die Leute, Cece. Wir haben noch zwölf, es sind keine kaputt gegangen, Cece. Wir haben so Glück. Und ich tu dir NAPR jetzt lieber mal, äh, nicht in meine Hotleiste, dass ich die nicht mehr wieder suche. Das ist ein Scheiß. Äh, ich bin hier unten, Cece, ich suche, ähm... Nein, wir müssen weiter nach hinter. Ich glaub, ich hab die genauen Chunk. Ja, gut, Cece. Ja, ich hab die genauen Chunk. Nein, das ist mein, Cece. Du weißt mich. Ja, komm mal zu mir. Oh ja, ich muss ja wieder rausfinden aus meiner Cave, Cece. Oh nein, du. Genau beim Starterraum. Wo bist du? Wo bist denn du hier? Hallo, ich bin's, der Kevin. Hier hat mich hinter den, der, 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 der... Wo geht's, lassen Sie es nicht? Du sagst an. Der, der ist in der Nähe von meiner Base-Leute. Nice man, cool. Ich glaub ich bin grad vorbei gelaufen, ja, sie ist grad vorbei gelaufen. Da geh ich, ne, Kevin, krieg ich ein paar Pfeiler. Äh, wie viele? Wie viele hast du? Ähm, ich hab 14. Ich hab drei Viertel Stacks. Nimm mal das, Sesi. Ich hätt noch, äh, ich hätt noch zwei Stacks auf Lager, Sesi. Da geht schon, da. Ich hab Wasser einmal bereit. Ich hab's Platz mit zwei Schaffst. Das schaff ich schon. Äh, Sesi. Äh, ich fuhr aber erst mal. Ich hoffe, wir sind da bald, Sesi. Soll ich ihn noch mal schmeißen, Sesi? Nein, das ist, äh, geht jetzt im Minusbereich. Oh, gut, ja, dann sind's noch. Das ist die Kälfte, die ich gefunden hab. Schon jetzt noch mal rheine. Ich hab zwei zu zweier, zwei, zwei. Nach zwei, zwei, zwei. Ja, jetzt sind wir nochmal im Minusbereich. Jetzt wird's bald geschafft, glaub ich. er hat es wieder geht zu erhält sich eine halbe Stunde es freut uns ja ich will auch was davon danke es geht weil ich habe zwar schon 11 14 aber gut jetzt habe ich noch zu tun das ist wie sie zu tun ich bin dabei ab ich kann vor allem wir genau ich gehe hier lang du gehst an der Ecke weißt du das ist ja nicht so nee Spaß nein ich habe nicht gesagt Feuerstäger ich gehe in die Library da will ich aber auch was davon Sissi Feuerschutz kann ich davon dann auch was haben Sissi bitte danke wenn der zweite ist ja ich habe sie unten oh ich gehe mal nach unten Sissi und dann gehe ich wieder nach oben wenn unten nichts ist wo es jetzt spontan sagen gibt wo gibt es am meisten Bücher ich gehe mal nach oben ich gehe mal in welcher in welcher Struktur gibt es glaubt die am meisten ja in welcher in welcher Struktur gibt es glaubt die am meisten in 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 ja du weißt was ich meine da wo wir gerade tänzen es ist ein guter Menschen also schon mal so ein Sonne Bedingung hat er an der Säge dem Stilten stimmt und ich habe noch mal nicht die Bildung gefunden auch cool da hätte ich auch was sie sich getan ja hier war man schon leute zum kampf leute an diese richtung ist ja hatten wir eigentlich eine frage also am ding wir haben ich habe es genau hat man hatten wir hatten gleich deutsch das habe ich dich gefragt ich weiß es nicht sie sind ja darüber geht man nicht jetzt hast du schon gefunden ich habe bei mir alles abgesucht bei mir ist er nicht sie sich immer mehr seine 60 und schmeißt du ja hin ich habe keine änderung gut ja die paume ich hab schon mal bist du schon lang gegangen bei dir ich habe ihn erst jetzt komm mit cc du bist schon mal vorbeigelaufen fast kommt da wo du gestartet bist du zu mir die gesichte war jetzt da hier geht man runter sagt jetzt nicht hier diese treppe runter und dann links und dann bist du auch schon da und ich würde sagen das war es auch schon mit diesem video tschau leute und nächsten nönerstag spielen wir es wirklich durch